Sadele, moin moin und herzlich willkommen hier in einer neuen, chilligen, ruhigen, entspannenden Folge 7 Days to Die in der F21 hier an diesem wunderschönen Samstagvormittag. Was haben wir hier in unserer Kiste? Einmal das, das wird noch gemacht. Das ist super. Ich hab, äh, ja, hier haben wir schon ein bisschen Eisen dabei. Wir können auch die hier mitnehmen, unsere Freunde. Noch ein. So, was sollte eigentlich reichen? Denn wir müssen hier oben was tun. Das Dach muss auch aufgewertet werden. Ich hab mir hier mal so eine kleine Treppe gebaut, dann sieht man schon schön hier, wo es kaputti geht. Kaputti, das wollen wir ja nicht. Hier oben, das ist alles Pflastersteine, das heißt, wir können jetzt erstmal in Ruhe hier die Pflastersteine aufwerten und reparieren. Weil es ist eh 0.40 Uhr und da laufen wir nicht draußen rum. Da hinten ist noch ein Airdrop, den müssen wir holen und dann können wir gleich, wenn es soweit ist, auch wieder ein bisschen, ähm, Quests machen. In der Hoffnung, dass wir vielleicht mal Richtung Motorrad kommen. Das ist ja auch was, ne? Wir müssen eh langsam zusehen, dass wir wieder ein paar Sachen kriegen, weil Tag 38 und so, ne? 42 ist wieder Horde. Das ist nie mehr lang hin. Gefährliche Dacharbeiten hier oben. Liebe Kinder, macht das nicht nach. Könnte ins Auge gehen. Oder mal wieder in die Nase. Ich hasse es. Mann, 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 Mann. Schlimm. Zumindest hier oben, das machen wir schon mal dicht, würde ich sagen. Sieht zwar ein bisschen komisch aus mit Pflastersteinen, aber man könnte auch sagen, von weitem so, das sind so Schindeln, so Dachschindeln. Lassen wir das einfach aus Pflastersteinen. Sollte klappen. Gucken wir mal, wie das aussieht dann. Sehr lustig. So, die Seite haben wir. Fehlt noch das hier. Warum darf ich das hier eigentlich nicht aufwerten? Verstehe ich nicht. Was da hinten auch? Da ist es aufgewertet. Komisch. Naja, machen wir fix die Seite hier noch. So. Siehste, alles geht, nur das hier nicht. Warum? Ich will jetzt aber auch nicht da runterfallen. Ich kenne mich, ja. Ey, 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 ey. So, die Schrägen, die lassen wir mal. Die machen wir jetzt noch nicht. Da müssen wir uns später was bauen. Gucken, dass wir das hinkriegen. So, erstmal alles weg hier. Nicht runterfallen. Boah, hier könnte man eventuell sogar noch rumlaufen, oder? Müssen wir gucken. Das kriegen wir schon hin. Wir gucken jetzt erstmal, was wir brauchen für Rohrbomben. Dafür brauchen wir nämlich die Kollegen hier, ne? 250 und dann ist Ende. Oder geht da noch einer drauf? Da geht noch einer drauf, okay. Schwarzpulver. Machen wir jede Menge. Dann tun wir die schon mal vorbereiten. Wir nehmen nämlich jetzt wieder Rohrbomben. Habe ich mir gedacht. Na guck, kurze Eisenrohre, zwölf Schießpulver. Das ist viel billiger. Viel billiger als Munition. Die können wir dann finden. Wir haben ja mittlerweile sogar 400 Schuss Shotgun-Muni. Der erste Kommentar kommt übrigens vom Kampfwolf. Der schreibt, anstelle von einer Feuergrube könnte man auch einfache Elektrozäune über dem Boden spannen, wenn man es den freigeschaltet hat. Ja, Lagerfeuer zählen nicht zu explosiven Sachen. Doch mit Benzinfässern oder C4 würde man auch nur einen Teil der Horde vernichten. Und obendrein zerstören explosive Sachen auch die eigenen Blöcke. Das ist wahr. Deswegen benutze ich hier kein C4, kein Dynamit. Nichts, ja? Die Rohrbomben sind kein Problem. Haben wir ja nachgeguckt. Die machen genau 5 Schaden an den Blöcken, ja? Also das geht. Das überlebt man. So, das heißt, wir brauchen das hier. Wir brauchen das hier. Und wir brauchen das hier. Gib mal her. Gucken, ob das reicht. Maximum 125 Stück. Bitteschön. Siehste, schon ist für die Horde gesorgt. Ist das geil oder ist das geil? Und übrigens, ich habe das hier alles repariert. Wir müssen echt aufpassen. Noch eine Sache, die kacke ist, wenn man beides in eine Basis baut. Wenn die Copsi hochspucken, das sind ja nur kleine Platten, ne? Die war halb kaputt. Die war halb kaputt. Die war beschädigt. Der war beschädigt, ja? Also nicht toll. Gar nicht toll. So, ich wollte die jetzt aber wegräumen hier. Räumen wir weg. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 hier geblockt. Das haben wir dabei. Dann gehen wir jetzt hier hin. Schmeißen hier den Rest wieder rein. 259, dein Ernst? Haben wir nicht nur einen? Oh, sogar noch mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bitteschön. So. Damit können wir jetzt unten ein bisschen rumbauen. Machen wir zu. Zack, zack. Ich hoffe, ich komme hier runter. Komm ich. Wehe, hier ist jetzt eine Schreitante. Dann gibt es Ärger. So, und der war aufgewertet. Die können erstmal betonen bleiben. Das heißt, es war auch eine coole Idee, dass wir erstmal außen hier alles aus Stahl machen sollen, ja? Weil dann ist das wieder höher als innen, ne? Und dann kommen sie alle rein, weil es da leichter ist, wegzuhauen. Dann lassen wir die Stück für Stück hier die Platten weghauen. Dann können wir die Blöcke innen nämlich auch noch auf Stahl aufwerten. Fand ich eine mega geile Idee. Also, erstmal eine Reihe hier. Ach, da haben sie doch umgehauen. Okay, merken. Sieht man ja gut. Müssen wir dann natürlich noch reparieren. Wenn es soweit ist. So, wie viel haben wir jetzt? 20 haben wir noch übrig. Dann macht hier einen hin und hier einen hin, dann ist das fertig. So. Wunderbar. Der Robert schreibt, dein Fleiß macht sich langsam bezahlt. Finde ich richtig gut. Meinst du hier mit dem Bauen? Jo. Ist halt, ne? Man braucht halt sehr, sehr viele Ressourcen. So ist es halt. Aber, ja, es macht sich bezahlt. Du bist vollgeladen. Du bist mal halb getankt. Haben wir noch was zum Tanken hier? Nein, habe ich natürlich wieder oben gelassen. Dann fahren wir so. Fahren wir jetzt einfach zum Bobbop. Zum Airdrop und gucken, was da drin ist. Nebenher könnten wir ruhig wieder hier die ganzen Briefkästen einsammeln. Gucken, was da drin ist. Dankeschön. Das ist voll creepy, wenn das Licht hier so Schatten wirft. 3 Uhr 6. Was ein Klecks. Sehr schön, sehr, sehr schön. So. Mäh, warum, äh. Lüh. Läuft der Hirsch in mich rein? Oh man, tut mir leid und ich kann dich noch nichtmals mitnehmen zum Essen machen hier. Pech gehabt, Junge. Pech gehabt. Halt die Klappe. Ich komme gleich wieder. Gleich ist 4 Uhr. Dann gibt es auf die Omme. Ich muss jetzt erstmal den Airdrop da hinten holen. Keine Zeit für sowas. War hier nicht auch noch, ähm, irgendwo ein Shotgun-Messiah? War der nicht hier? Das ist auf jeden Fall ein Polizeiauto. Das könnten wir auch nochmal aufmachen. Blatt. Oh, der Blutwald. Mhm. So, was da drin? Dankeschön. Mach mal auf. Mach mal auf. Wiring. Shotgun-Weekly schon wieder. Die ist bald auf 100. Dann können wir uns da auch die, ähm, so, 18. Dann können wir uns da auch die, ähm, automatische machen. Die gute. Aber die will ich finden oder wir bauen uns eine 5er, ja. Da werde ich jetzt keine 2er bauen. Da reicht auch die 4er, die wir haben hier. Die normale. Nein. War das offen. Oh, wir haben Dietrich. Mhm. Wir haben einen Dietrich. Wetten wir, das klappt wieder nicht? Es sei denn, es kommt jetzt ein Zombie angelaufen, der uns boxt. Dann funktioniert das. Wetten wir? Ich wusste es. Ich wusste es. Ich scroll mal gerade hoch. Zack. So. Nochmal auf. Carsten schreibt. Und sie nannten es eine Miene. Eine Miene. Mal sehen, wann du dein eigenes Kasadoom errichtet hast. Finde es gut, dass du auch solche Arbeiten zeigst. Weiter so. Ja, zwischendurch können wir die mal zeigen, lieber Carsten. Aber nur zwischendurch. Aber schön, dass du das sagst. Ich warte auf dieses Spiel. Ich glaube, es wurde wieder in den Herbst verschoben. Es ist ja exklusiv auf, ähm, Epic Games Launcher, ne. Da gibt es auch eins. Return to Moria oder so heißt das. Wo man mit seiner eigenen Zwergenparty wirklich nach Kasadoom reist und das Stück für Stück wieder aufbauen muss. Ah, megageil. Megageil. Da freue ich mich drauf. Das werden wir auch auf jeden Fall zocken. Auf jeden Fall. So. Ich glaube, hier waren wir schon mal letztens wieder, ne. Ja, kommt her. Jetzt ist 4 Uhr. Lass mal gucken. Bücher hier. Ne, alles leer. Hier waren wir schon drin. Okay. So. Jetzt können wir kommen. 4 Uhr. Das kann ich euch einfach so umhauen. Stellt mich so an, jo. Der Onkel jo. Muss aufs Klo. So. Trinken, essen. Brauchen wir nicht. Deswegen haben wir das dabei. Idokras schreibt. Eine Sache noch, Ede. Wieso brennst du Steine für die Stahlproduktion ein? Äh, ja. Die Steine für den Zement, die haben ja noch keinen eigenen, äh, keine eigene Schmiede, ne. Lieber Idokras. Deswegen habe ich die jetzt einfach überall da reingeschmissen, wo Platz ist. Weil wir brauchen jetzt Zement. Könnten wir gleich eigentlich mal gucken, dass wir noch eine dritte Schmiede bauen. So. Was ist hier drin? Munition. Dann haben wir es nämlich. Dann haben wir eine für Zement. Dann haben wir eine für, äh, Munition. Und eine für Stahl. So. Kommst der. Ich kann nicht mehr. Und dann tun die sich auch nicht gegenseitig blockieren. Was es heißt. Oh, ich kann keinen Stahl einschmelzen, weil wir machen ja gerade Zement und so, ne. Wenn wir gleich wieder zu Hause sind, gucken wir mal. Dann machen wir das. Crack a coffee. Was? Was kann man denn jetzt hier an? Ist das eine Batterie? Oh, da sind schon wieder drei. Sehr gut. Und schon wieder eine Dreiertasche. Ei, 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 ei. 3073. Wo war denn hier nochmal der, äh... Wir wollten in den Knast, ne. Weißt du was? Das machen wir jetzt. Wir gehen in den Knast. So. Hier ist das. Dann gehen wir mal da hin. Wir werden Spaß haben. Ihr werdet Spaß haben. Ich werde wahrscheinlich fluchen. Habe ich total vergessen, ne. Warum habt ihr denn nichts gesagt? Hier, Post plündern. Dankeschön. Mein Shotgun-Muni haben wir. Wir haben ein bisschen für die, ähm... M60. Das wird schon schief gehen. Never's Gain Correction. Oh, oh. Oh, oh. So, da geht's rein. Dü, dü, dü. Zack. Wir wurden eingebuchtet. Aber erst mal nehmen wir die Autos hier auseinander. Und schmeißen das alles ins Moped. Ich sag immer noch Moped statt Motorrad, ne. Echt komisch. So. Weil wir brauchen ja jetzt viele Rohre hier. Wenn wir, ähm, die ganz machen. Rohrbomben. Wenn wir Platz haben, tue ich die mal so zerlegen. Da hinten kommt schon. Wer kommt da? Wilma. Wilma will's wissen. Weg damit. Ach, da ist noch einer. Da ist noch einer. Was ist los? Was ist los, Freund? Ist lustig, wie die so ein bisschen in der Erde hängen und auf einmal, bupp, dann hochkommen, ne. Warum auch immer. Finde ich lustig. Aber der Pick-up so als Ganzes sieht cool aus, wenn man damit noch durch die Gegend fahren könnte. Fände ich geil. Einmal durchsuchen. Jawohl. Dankeschön. Dann hier. Der Klaus schreibt. Moin, moin, lieber Ede und Ede und Hunden. Na, mal schauen, wie das Wochenende und das Wetter wird. Wenn's gut wird, geht's mal irgendwo in ein Zoo. Da hat Luca Bock drauf. Vielen Dank für die tolle Folge. Wir wünschen dir und allen Ede und Hunden ein erholsames und ruhiges Wochenende. Liebe Grüße an euch alle von uns dreien. Gruß zurück und Zoo. Ja, kann ich jetzt nicht so wirklich einen empfehlen. Der einzigste Zoo, wo ich seit vor, ne, mal war, und das ist schon länger her, ist Köln. Aber Köln ist, glaube ich, ein bisschen weit weg von euch, ne. Nur um in den Zoo zu gehen. Vielleicht die Hälfte der Strecke. Gelsenkirchen soll ganz toll sein. Da war ich aber selber auch noch nie. Also ist das nur eine Mutmaßung. Und ansonsten war ich, äh, vor, na, was haben wir, 2023, vor etwas über 10, 12 Jahren, war ich mal in Berlin im Zoo. Der war auch ganz cool. Habe ich Gott sei Dank noch die Pandas gesehen, bevor sie ein paar Tage später dann gestorben sind. Das tat mir voll leid. Aber so ist das Leben. Ja, genau. Und natürlich ruckelt es, ne. Oh Mann. Okay, ich merke schon, das wird lustig hier. Was zum Teufel? Weg mit euch, vor allem mit dem Polizisten da hinten. Ach, M60 ist Beste, du. Wir brauchen nur Munition für. Tada, Level up. Zwei Punkte haben wir. Das ist ja sehr gut. Hier ist nix. Verschlossen. Hallo? Der Wachhund. Ja, wo denn? Ah, da. War das hier bestimmt, keine Ahnung, Besuchsraum oder so? Kann das sein? Also, falls man was im Hintergrund hört, Jo hört wieder die Flöhr husten. Ei, 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 ei. Er nimmt seinen Wachauftrag sehr ernst. Böse, böse Flöhe. Okay, was ist drin? Bücher, die wir schon kennen. Und ein bisschen hier. Gut. Sechs Uhr morgens haben wir. Das passt ja. Die ist verschlossen. Wir gehen mal den richtigen Weg, ja? Wo wir nur durch die offenen Türen gehen. Das Zeug nehmen wir mal mit. Die ist entriegelt. Okay. Die Frage, will ich da durch? Entriegelt oder hier lang? Hm, gute Frage, oder? Gute Frage. So, wir gucken erstmal hier. Da liegt doch schon noch Elke rum. Natürlich, wieder eine Sekunde nicht aufgepasst, ne? Eine Sekunde. Ich dachte, es liegt eine Elke rum. Was liegt rum? Alles. Mann, Mann, Mann. So. Dann machen wir es halt auf die harte Tour. Das wird zwar unsere Munition kosten, aber was soll's. Mega. Ah, das ist Besuchszelle hier, ne? Ja, der Besuchstrakt. Guck mal, wie die erst einfach vor dir aufploppen. Natürlich. Alter, was ist denn da los? Holy moly. Aber wir müssen doch noch aufpassen. Gleich kommt wieder die Schreitante. Gleich kommt wieder die Schreitante. Das ist nicht gut. Vielleicht hätte ich den hier auch aufmachen können. Gut. Es ist verschlossen. Tja. Wir wurden eingebuchtet, würde ich sagen, ne? Was ist das? Block A. Mhm. Ist hier... Niemand. Eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Gefällt mir. Oben noch. Aus Holz. 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 Aha. Will hier jemand abhauen. Gut. Das war keine gute Idee. Nein. Das war definitiv keine gute Idee. Normal losgehen. Was da alles kommt, denn. Tschüss. Tschüss. Weg damit. 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 Aber EP gibt es hier gut, oder? Da gibt es hier jede Menge von, du. Muss ich mal sagen. Gut. Gehen wir in den nächsten Block. Ihr müsstet ja dann auch leer sein. Jetzt. Du kommst natürlich von draußen rein. So. Wer liegt hier wieder alles rum? Rote. Gut. Haha. Sehr gut. Sehr gut. Will ich da hinten hin? Ich weiß nicht. Komm. Wir gehen mal gucken. Was offen? Ist das zu? Die Türme müssen wir auch noch rein. Auf jeden Fall. Bisschen Benzin. Ist zwar nicht viel, aber besser als nix. Verschlossen. Hier ist Ende. Ah. Da hinten steht wieder rum. Gut. Also wieder rum. Da da. Sehr schön. Dann müssen wir mal gerade gucken. Hier unten. Ido Kars hat er nochmal geschrieben. Und zwar etwas längeres. Was haben wir denn hier? Lieber Edo und Edo. Ich habe. Ich baue die Elektrozäune in Laufrichtung ein. Nur bei den letzten beiden Blöcken stehen die quer. Dadurch kann ich die von meiner Position aus reparieren. So war die Tag 35 Horde locker mit der Schrotflinte und den Unterhebelrepertierer zu erledigen. Wenn es dich interessiert, wie ich das genau mache, dann sag mal, wie ich dir eine PM schicken kann. Für einen Kommentar ist das zu schwierig zu erklären. Viele liebe Grüße an dich und alle E-Nauten. PS kannst du nicht einen Jingle-Werbe unfreundlich aufnehmen? Fände ich gut. Wenn ich wüsste, wie das geht. Ich habe ja kein Animationsprogramm dafür. Lieber Ido Kars. Und persönliche Nachrichten gibt es hier ja leider nicht mehr. Die gab es ja früher mal auf YouTube. Warum auch immer haben sie die rausgenommen. Frag mich nicht. Frösche im Hals haben wir auch schon wieder. Am besten ist wirklich über... Funktioniert der? Nein, ne? Am besten ist wirklich über Discord. Einfach in der Bilderecke das posten. Hallo. Ach du Kacke. Komm, mach mal kaputt. Genau. Weg mit den Köpfen. Du Ratte. Du willst von der Seite kommen, ne? Am mal gern. Die Olle noch weg. So macht man das. Dankeschön. Da seht ihr mal, wie blöd die sind, ne? Stehen alle an der Tür und hauen. Und da drüben ist es offen. Da können sie einfach durchlaufen. Ist sie hier durch dahin. Hallo? Wachtmeister Barbrady. Wo sind sie? Okay, ich packe schon mal die dicke Wumme aus. Wenn das Tor aufgeht, kommen uns wieder 100 entgegen. Wetten wir. Aha. Wo ist der Haken? Hallo? Sehr gut. Dann doch wieder hier. Ich hab ein bisschen Angst. Was ist im Bus? Ah. Repair Kit. Da sind wir alle. Komm mal rein hier. Wie das einfach da durchfliegt, ne? Einfach da durchfliegt. Ja, komm. Kopf brauchst du nicht. Sowieso nur heiße Luft drin. Oh, Entschuldigung. In den Turm können wir mal rein. In den Turm auch. Wo kommst du denn jetzt her? An hinten? Okay. So, was ist hier drin? Bob ist hier drin. So, was mag ich ja, ne? Solche Türme. Da oben ist bestimmt der Top-Loot. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was, was? Schon wieder Medizin müssten wir doch bald mal fertig sein, oder? 37 von 75. Halt die Klappe da draußen. Loll, in Galgen hier. Wie fies ist das denn bitte? Wie fies ist das denn bitte? So, ah, eben waren wir hier, ne? Aufgehauen? Warum denn das? Ist das bestimmt? Ruhe. So. Rüber. Ah, das war bestimmt die Betty, die wir hier gesehen haben. Die ist dann da hin, hat das kaputt gehauen und ist hinten rumgekommen. Wetten wir? Garantiert. Die nehme ich jetzt mal nicht auseinander. Wir haben eh schon wieder keinen Platz mehr. Ja, wir wissen es, Ruhe. Wir können das Zeug hier mal essen. Dann ist es weg. Haben wir mehr Platz. Trinken bräuchten wir auch. Drei Stück hier. Zwölf Dietriche haben wir noch. Ein bisschen mehr Platz. Das kann weg. Den kannst du mal nehmen. Was hier drin? Ich ahne Böses. Oh, und zwei. Die haben wir schon lange nicht mehr gesehen, ne? Die haben wir schon lange nicht mehr gesehen, den Schlagstab. Ja, bitte. Geht das auf hier? Verschlossen. Natürlich. So, nehmen wir das mit. Können wir immer gebrauchen. Scheiße, wenn er zu blöd ist, hochzukommen, ne? Dankeschön. Aha. So. Oh Mann. Und der Kampfwolf schreibt nochmal. Und wo ist die Schmelze für Zement? Haben wir noch nicht. Haben wir noch nicht. Muss noch kommen. So. Zwei müssen erstmal reichen. Da kommt ja schon oft genug, die Schreitante. Wir essen direkt alles. Hauptsache weg. Oh. Zack. Hallo. Haben wir das alles? Was ist hier? Dankeschön. Dankeschön. Gute Nacht. Ich kann es direkt so bleiben, ne? Hier mal gleich wieder runter. Hopp. So. Boah. Noch Pamela. Ist das ein Geier? Da ist ein Geier, ne? Zumindest hat man hier gerade die, äh, den Schatten gesehen. Okay. Jetzt behalten. Brauche ich eh nicht. Ah, Leute. Es wird wieder so warm, ey. Es ist ätzend. Was ist das hier? Jetzt erzähl mir nicht. Das ist die Lüftung. Und es geht auch noch unter die Erde. Dann raste ich aber aus. Okay. So, was ist hier? Steht da irgendwas draußen? Nein. Siehste? Da ist er. Ich wusste es doch. Habe ich richtig gehört? Du Ratte, wo bist du? Da oben. So, weg damit. Never, ever. Schade um die Munition, aber der muss weg. Der nervt nur. So, hier darf man durch. Gib her. Reparier mal. Wer hier ist. Da ist doch wieder alles voll hier. Da noch einer. Ah, ist das schön. Ruhe. Da hinten sind wir rein, ne? Irgendwo da hinten. Junge, Junge, Junge. Ganz schön groß. Ganz schön groß. Richtig cool gemacht. Viel, viel geiler als früher das alte. Aber wenn du das hier als deine Base haben willst. Ja. Viel Spaß beim Absichern. Sieht geil aus, aber... ...überhaupt nicht durchzuführen. Geh weg. Kommst du denn her? Viel zu groß. Überall spawnen die Viecher. So. Jetzt sind wir hier. Auch noch einer. Weg mit dem Bein. Ach ja. Ah, das ist die verschlossene Tür vom Polizisten hier, ne? Genau. Da ist der Hauptloot. Da steht alles. Die ist offen. Da kommen sie auch raus. Wetten wir. Siehst du? Kommt, Leute. Woll. Da kommt der Polizist. Oh, dieser dusselige Geier, ne? Dieser dusselige Geier, ey. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Her mit dem Lag. Schlimm. Immer diese Geier. So, wir haben den und wir haben den hier. Das ist gut. Müssen wir nur gerade was trinken, weil dann haben wir wieder Durst. Ohne schauen wir zu Hause. Nachgeladen haben wir. Ivan raus. Ist hier noch was? Ist alles voll? Guckst dir an. Da ist wieder irgendwo ein Polizist bei. Ich seh keinen. Weg mit euch. Von hinten? Nein. Wo im Karton. Da ist der gute Loot. Aber wir müssen doch irgendwie aufs Dach. Da müssen wir noch hin. Auf jeden Fall. Gucken, was da ist. Guck mal hier. Eckart Elefantitis. Guck dir diesen Fuß an. Wie geht? Die liebe Anna schreibt, geht Z zum Schmelztiegel. An Kaffee gedacht. Es geschehen noch Wunder. Zombies realistisch. Wo? Ein Aufgang. Ein Aufgang. Yeah. Ja, endlich mal. Auch wenn er erst so halb ist. Aber passt schon. So. Mann, 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 Mann. Dankeschön. Du bleibst mal liegen. Obwohl, das ist noch nicht der Hauptloot. Da liegt nur ein bisschen... Munition, ne? Und wieder dieser Geier, ey. Das heißt, wir müssen jetzt hier rein, ne? Oder waren wir hier schon drin? Nein. Das ist der nächste Zellenblock. Nachladen. Sorry, musste sein. Haben wir dann doch ein paar viele. Da ist sie. Oh, noch ein gesperrt. Tut mir aber leid. Herr Stecknot. Ist die schon hier drin oder rennt die draußen rum? Ich seh sie nirgendwo. Also machen wir weiter. Der Sascha schreibt... Hallo, lieber Ed und alle Edenauten. War wie gewohnt eine super Folge. Danke für deine Zeit und Mühe. Immer gerne. Wo ist die? Da haut sie rum. Ruhe. So. Mann, Mann, Mann. Also, weiter geht's. Es ist echt ein Riesenklopper, dieser Knast. Wahnsinn. Jetzt sind wir in der Wäscherei. Ja, kommt alle vom Dach. Hopp, hopp. Ronald hat's eilig. Da kommen die Nächsten immer schön hier durch. Nein! Jetzt hänge ich da wieder fest. Schnell, schnell, schnell. Nein. Oh. Uff. Oh. 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 Immer diese Nachladerei. Warum? Oh. Hui. Ich würde sagen, wir hatten mehr Glück, ey. Mehr Glück. Ey. Ein Besuch im Knast auf Messers schneide, du. Dann komm schon wieder in den nächsten. Es geht hier wirklich in den Keller. Oh nein. Oh nein. Ich wollte doch aufs Dach. Dann geht's da hinten weiter. Die waren alle hier im Duschraum. Ich lass das Zeug mal da. Oh oh. Hallo. Aber es ist halt ein Tier 5 voll, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Und da sieht man wieder schön, ne? Guck mal, wie viel Munition wir verbrauchen. Es macht überhaupt keinen Sinn. Es macht überhaupt keinen Sinn. Hier rein zu gehen. Wir verballern so viel Munition, um nicht zu verrecken. Und am Ende kriegen wir dann irgendwie 200 Schuss. Ja. Und so. Was ist das hier? Nix. Vielleicht komm schon wieder in die nächste Schreitante. Pass auf. Essen. Hallo Skeletor. Was ist hier? Die Anlieferung, oder was? Ah, das ist das Tor hier hinten. Okay. Verstehe. Jetzt sind wir hier. Guck, jetzt kann ich das hier wieder aufmachen. Da ist der LKW, ne? Jo. Da oben ist noch was. Fünf Eisen. Da geht's runter. Sollen wir runtergehen, oder hier rein? Ich schätze mal, hier ist Ende, ne? Die ist verschlossen. Hier waren wir schon, oder? Ah, ich muss bestimmt da runter und hinten wieder hoch, um in den Block B zu kommen. Wetten wir. Dann gucken wir mal. Oh nein. Da steht auch noch einer. Weg mit euch. Eine Tür, oder so? So, was haben wir hier? Alter, hast du das gesehen? Zwei Schläge und er ist durch. Ja, du mich auch. Komm, mach schneller. Jetzt nochmal schnell nachladen. Keine Feralen. Weit weg. Gut, zugegeben. Die hier jetzt zum Schluss, ne? Die langsamen, normalen. Die hätte man jetzt nicht mit der M60 wegmachen müssen. Komm, wir essen das ganze Zeug. Damit wir Platz haben. Katzenfutter, Hundefutter, was weiß ich. Äh, ja, alles voll. Krass, ey. Echt krass. Alles essen und trinken. Die Farbe kann weg. Dankeschön. Dankeschön. Gib mir die. Die will ich reparieren. Dauert kurz. Dauert kurz. Wir nehmen ihn mal mit. So, also weiß ich schon mal. Das Ding hier, das mache ich nachts garantiert nicht. Kannst du vergessen. Kannst du vergessen. Hier ist bestimmt der Serverraum fürs ganze Gefängnis. Gefängnis. Die Wäscherei. Oh Mann. Hallo. Und wieder Horden. Na? Was ist los? Keine Weinten mehr? Das tut mir aber leid. Was machen, was hier alles, ne? Was hier alles ankommt, ey. So übel. Da sind sie auch wieder am Hauen. Hier irgendwas. Gib mir die mal. Dankeschön. Was haben wir hier? Nicht den, sondern das hier. Oh, Vitamine. Das ist gut. Wir haben zwar schon Biohazard, aber... Ja. Er dies wie er dies. Nochmal. Hier los. Hallo? Ah, die sind bestimmt alle gekommen, ne? Der Rest hier von hier hinten. Guck, und jetzt müssen wir hier wieder hoch, damit wir im Block B sind. Da ist jetzt auch wieder alles voll. Pass auf. Verschlossen. Hier geht's hoch. Na, dann sind wir hoffentlich gleich am Ende. Uff, ey. Uff. Hart. Aber wir haben es überlebt bis hierhin. Aber ich hoffe, wir überleben... Da ist der gute Hut. I see you. Entriegelt. Von beiden. Okay. Na, komm, wir laden noch mal schnell nach. Alle weg hier. Ein Hund von unten, oder was? Ja, nee. Ist klar. Alter. Diese blöden Hunde, ne? Wo kommen die jetzt her, ey? Hau ab, hau ab, hau ab. Wie viel haben wir da noch? 19 Schuss. Nachladen, ey. Alter, Alter. Gott sei Dank hatte ich die M60 in der Hand. Wir wären so tot gewesen mit der Schrottgang. Wo ist er hin, der Polizist? Alle weg, schon wieder hier, ey. Diese Dreckshunde, ne? Auf einmal standen sie da. So, wer kommt noch? Was ist hier drin? Zwei Verbände. Okay. Puh. Ja, jetzt müssen wir gucken, wie wir das hier sortieren und mitnehmen. Alter Falter. Hallo, du sollst das leer machen. Und nicht kaputt. So, hier noch was. Jo. Ei, 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 ei. Ruhe, ich komme gleich raus. Ich will erst den Hut haben hier. Nee, nee, nee. Na komm, dann ess. Hier, essen. Und Vitamine, ganz wichtig. Scheiße, wir brauchen ein größeres Inventar. Mal wieder. Ach, wir haben ja noch Dietriche. Wir haben ja noch Dietriche. Jetzt müsste eigentlich wieder wer kommen, weil wir am Dietrichen sind. Siehste, was habe ich gesagt? Natürlich auch noch ein Polizist, ne? Klar. Ferrader Polizist. Immer. Keine Ahnung, von wo die kommen. Aber ist auch egal. Wir sind am Hauptflug. Also, aber sonst geht's gut, ne? Nee, noch nicht. Nee, noch nicht, weil wir können eh nicht aufheben. Weg mit den Polizisten. Die ganze Schwabbelbrigade da, ey. Es war bestimmt noch irgendein Raum, den wir übersehen haben und der sich jetzt durch die Wand gekloppt hat und jetzt endlich da ist. So, 670 Schuss haben wir noch. 670 Schuss. Und was haben wir hier drin? Gar nichts. Wir kriegen es nämlich nicht auf. Wir verbrauchen alle. Garantiert. Garantiert. So, guck. Und was ist drin? 770 Schuss. Was ist das denn? Sicherheitskamera-Paket. Was soll ich damit? Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Was haben wir denn hier? Fünf Lautsprecher. Wiring. Stolperdrahtfallen. Bewegungssensoren. Die Wiring-Bücher, die würde ich schon gerne nehmen. Dann kannst du das mal raustun. Dann gib mir die. So. Machen wir das. Und die Bewegungssensoren können wir mitnehmen. Jetzt kümmern wir uns noch um den Vogel. Und gucken wir mal, was hier draußen so los ist. Ach, da ist schon wieder eine Schreierin. Na, denne. So. Ich würde sagen, erfolgreich. Haben wir das Gefängnis gecleart. Hat uns zwar ohne Ende Munition gekostet. Aber wir haben es mal gecleart. Und somit gehe ich hier nie wieder rein. Es lohnt sich überhaupt nicht. Ja, wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ich sage wie immer, danke für deine Zeit.